Ja, und wir sehen, wir haben hier immer FA gehabt, Chelsea als Gegner, ja, es wird sehr schwer, schon jetzt einmal, ähm, ja, Probleme selbst, bei ihm, FK ist ja gesperrt, wird, hm, na, von Cabral wieder ersetzt, er verdient auch diese Chance einmal, ja, unser Kader muss eben noch gut aufgebessert werden, das ist leider so, ähm, wir müssen auch jetzt dazu sagen, dass, ja, der Neuzugang wird hoffentlich aushelfen, aber ein Neuzugang wird jetzt nicht die Welt sein. Nächstes Jahr werden wir, habe ich zwar dieses Jahr schon gesagt, aber nächstes Jahr wirklich wird es mit dem Scouting noch mehr beobachtet und noch mehr geschaut hier für Neuzugang, jetzt wird es nämlich knapp sein, dass es so sein kann, und dann abkämpfen und jetzt sind wir unter den Top Ten, ja. Ja, gegen Tottenham, was erwartet man sich jetzt hier, ähm, ein gutes Spiel? Vielleicht auch wieder Punkte, ja, glaube ich auch, super, wenn wir hier einfahren. Ich weiß nicht, wie gesagt, vorne, wir haben auf Liverpool, neun Zehner. Nur Rückstand, Punkte, Arsenal, ein Punkt, auf, wenn es jetzt bleibt, das ist unsere Bilanz besetzt. Also, nicht schlecht für das erste Premier League, ja, deswegen kann sich da noch viel ändern. Beim letzten Spiel hat man zum Beispiel gezeigt, was für eine Stärke man hat in den eigenen Reihen. Wenn ich mir denke, das ist eigentlich hier ein Rossian-Auffahrer aus der eigenen Jugend ist, ein Garnier, ein Wilner, ein Ludwig, ein Baker, der nochmal spielt, ein Kapral, der jetzt hin ersetzt, ein Linz, ein Meier. Und die haben alle schon einen Marktwert, der sich sehen lassen kann, und da haben wir einen Linz oder einen Ludwig. Aber das ist ja nur der Anfang, wir haben auf der Bank einen Schmidt-Berrett sitzen. Pass, Mkhitaryan, 0-1. Und auch Garnier, wo jetzt nochmal, am Licht. Und sowieso Pym, der von Anfang an mal dabei war, einen Teele, der der einzige noch ist, der... Im Plan für nächstes ist eine Rückaktion. 0-2. 0-2. Jetzt wird es besser hier ein bisschen... 0-2. 0-2. 1-2. Die Beobachtung wird ein Minimum von 2 Minuten. Bisschen sehenlos ist man jetzt halt. Bini mit dem Funstitution, gut Ericsson, King, Zaka, Nukatana. Nur zu 2 gegen Tottenham, ja. 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 30 Minuten sind gespielt. Geduldsspiel vom 16er, jetzt mal von Tottenham, ein langes Passspiel von Son und den Anderen und es gibt eine echte Ecke. Nein, es gibt keine Ecke. Okay. Fehler. Und ja, es gibt, wir müssen feiern. Aber jetzt wird geschont, eventuell für Chelsea. Am Video jetzt nicht alles zusammen, was man jetzt schon hat. 76. Minute noch immer 0-2. 100. Immer gestellt und auf. Das hat die Nerven nicht. Eine bessere Chance, die ich nicht nur bekommen hier. Holminsson hat die Chance gegeben. Holminsson hat die Chance gegeben. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Gegenteil, siehaut ran, ciao.